Horoskop für heute, Schütze, 3. September 2024 Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie bei der Auswahl Ihrer Speisen umso entspannter sind, je mehr Sie über Ernährungsfragen nachdenken? Wenn Sie im Wohaus darauf vorbereitet sind, die täglichen Entscheidungen darüber zu treffen, was Sie in Ihrer Ernährung akzeptieren und was nicht, fällt Ihnen die Auswahl viel leichter. Sie wissen den ganzen Tag über, dass Sie einen gesunden Körper haben möchten, in dem Sie sich wohlfühlen und den Sie genießen können. Der erste Schritt besteht darin, die Verbindung zwischen Selbstliebe und der Nahrung, die Sie zu sich nehmen, herzustellen. In diesen Tagen wissen Sie sehr gut, was möglich ist. Ihre Schwingung wird an diesem wundervollen Tag in bester Verfassung sein. Sie werden Charakterstärke, Verantwortungsbewusstsein und Organisationsstärke haben und ernsthaft in Ihren Ideen und Taten sein. Diese Strenge, die Ihnen am Herzen liegt, wird Sie ermutigen, Ihre Projekte zu verwirklichen. Sie können soziale oder humanitäre Bedeutung haben, wenn Sie sich die Mittel dazu geben. Es ist immer vorteilhaft, wenn der Mond am Wochenende Ihren Sektor für Abenteuer, Reisen, Lernen und Entdeckungen besucht, insbesondere wenn Merkur wieder in direkter Bewegung ist und morgen seine letzte Woche hier beginnt. Dies bietet die Gelegenheit, sich in Wochenendstimmung zu versetzen, während in Bezug auf Einkommen, Arbeit und Karriere eine gewisse Vorfreude herrscht. Mit Mars in seinem letzten Wochenende in Ihrem Beziehungssektor, Venus in Ihrem ersten Wochenende in Ihrem Freundschaftssektor und Pluto an seinem letzten vollen Tag in Ihrem Kommunikationssektor ist dies ein besonderer Tag für die Kontaktaufnahme mit anderen. Zwei Tage nachdem Merkur in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops direktläufig wurde, steht er wieder in einem freundlichen Aspekt zum ersten der beiden Planeten, die sich in Ihrem romantischen Sektor noch immer rückläufig bewegen. Nachdem Merkur letzte Woche mit beiden zusammengekommen ist, bringt er wieder eine Mischung aus Romantik, Abenteuer und Nostalgie zusammen. Dies geschieht genau, da Mars an seinem letzten Wochenende in Ihrem Beziehungssektor in die Zukunft blickt. Die Beziehungen zu Freunden und Familie sind sehr positiv. Die Atmosphäre ist von Offenheit und Lebensfreude geprägt. Es ist Zeit, die gute Laune mit möglichst vielen Menschen zu teilen. Nutzen Sie die Freizeitmöglichkeiten in Ihrer Nachbarschaft und treffen Sie sich mit Freunden. Gemeinsamer Spaß schweißt Ihre Freundschaften noch stärker zusammen. Gehen Sie es langsam an, besonders wenn Sie schneller fahren oder herumflitzen, als Sie sollten. Ihre Ungeduld könnte Sie übermannen, wenn Sie das Gefühl haben, nicht schnell genug zu fahren. Sie fühlen sich zufrieden und nutzen jede Gelegenheit, um nützliches Feedback von Ihrem Partner darüber zu erhalten, was er genau für Sie empfindet. Ob Sie eine langfristige Beziehung eingehen möchten oder das Leben so genießen, wie es ist, entscheiden Sie, mit welcher Art von Person Sie zusammen sein möchten, und entscheiden Sie, was Sie für diese Person empfinden. Sie könnten heute in einer verträumten und fantasievollen Stimmung sein. Es könnte schwierig sein, sich auf eine vor Ihnen liegende Aufgabe zu konzentrieren, weil Sie an den Film denken, den Sie gestern Abend gesehen haben, und Szenen in Ihrem Kopf abspielen. Oder Sie könnten an jemanden denken, zu dem Sie sich hingezogen fühlen, und sich vorstellen, wie es wäre, ein wenig intime Zeit mit ihm zu verbringen. Lassen Sie sich beim Fahren auf der Autobahn nicht abdriften. Achten Sie auf die Straße. Eine Schwingung kann Ihnen wirklich dabei helfen, sich selbst oder das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Ihre ehrgeizige Natur ist bewundernswert. Sie sind für Ihren Wettbewerbsgeist und Ihre Hingabe an Ihre Ziele bekannt. Aber das kann manchmal eine schwere Last sein, und wenn Sie nicht aufpassen, können Sie eine zynische Lebensentstellung entwickeln. Ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit ist der Schlüssel, um rundum gesund zu bleiben. Versuchen Sie, wenn möglich, heute etwas Spaßiges zu unternehmen, indem Sie im Wohaus Pläne machen. Morgen wird Mars nicht nur seine letzten zwei Wochen in Ihrem Arbeitssektor verbringen, sondern er nährt sich gerade einem freundlichen Aspekt zu Pluto in Ihrem Einkommenssektor. Die Planeten des Krieges und der Revolution heizen die Dinge an der Einkommens- und Jobfront bereits an, aber es war Mercurs Rückkehr in Ihren Karrieresektor gestern, die nicht nur eine weitere Dimension hinzugefügt hat, sondern auch die Möglichkeit, intelligenter zu arbeiten. Während die Dinge an der Einkommens-, Arbeits- und Karrierefront lebendig werden, ist Mercurs kühle Logik das perfekte Gleichgewicht für den hitzigen Enthusiasmus des Mars. Jeglicher Druck, den der Mond in den letzten Tagen auf die Planeten in ihrem romantischen Sektor ausgeübt haben könnte, war flüchtig, vertraut und nichts im Vergleich zu der Unterstützung, die Sie von der Sonne in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops erhalten. Da Venus, der Planet der Liebe, zu einer wachsenden Mischung aus Romantik, Abenteuer und Nostalgie beitragen wird, war dies eher eine Chance, alte Ausreden in Frage zu stellen. Täglicher Planetenüberblick Machen Sie sich bereit, den Wind der Veränderung zu spüren, wenn Uranus im Stier rückläufig steht und eine unkonventionelle und unberechenbare Stimmung in den Vordergrund rückt. Bei dieser Rückläufigkeit geht es nicht nur um äußere Veränderungen, sondern auch um eine innere Revolution, eine Zeit zum Nachdenken und Neubewerten. Noch faszinierender ist, dass diese Energie durch Pluto verstärkt wird, der bei seinem Wiedereintritt in den Steinbock ebenfalls rückläufig ist. Wenn zwei mächtige Planeten wie diese gleichzeitig zurückspulen, ist dies eine Einladung, langsamer zu machen, sich zu erden und inmitten des kosmischen Chaos Stabilität zu finden. Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass das Leben Sie in so viele verschiedene Richtungen zieht, dass Sie vergessen haben, einfach dort zu sein, wo Sie sind? Diese rückläufige Jahreszeit ist eine Erinnerung daran, sich zu zentrieren, dort zu sein, wo Sie mit beiden Beinen stehen, anstatt sich in den Was-wäre-wenns der Vergangenheit oder den Ungewissheiten der Zukunft zu verheddern. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden und die einfachen Freuden wieder zu entdecken, die das Leben im Hier und Jetzt mit sich bringt. Es hat etwas zutiefst Erdendes, vollkommen präsent zu sein, und es ermöglicht Ihnen, die Veränderungen mit einem Gefühl der Ruhe und Zielstrebigkeit zu meistern. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie sich Ihre Perspektive ändert, wenn Sie einen Schritt zurücktreten und durchatmen und das Bedürfnis loslassen, alles zu kontrollieren? Das ist die Art von Energie, die Sie jetzt annehmen sollten. Es geht darum, darauf zu vertrauen, dass Sie selbst inmitten von Veränderungen die Kraft haben, verwurzelt und stark zu bleiben. Eines der Geschenke dieser rückläufigen Jahreszeit ist Ihre Fähigkeit, auf sinnvolle Weise mit anderen in Kontakt zu treten. Die Leute bewundern ihre Konversationsfähigkeiten und ihr Talent, Menschen zusammenzubringen, strahlt noch heller. Haben Sie schon einmal den Kuppler zwischen Freunden gespielt und Leute einander vorgestellt, von denen Sie einfach wussten, dass es klappen würde? Heute ist Ihre Intuition, wer gut zusammenpasst, goldrichtig und andere fühlen sich von ihrem Einfallsreichtum und ihrer Fähigkeit, Harmonie zu schaffen, angezogen. Seien Sie nicht überrascht, wenn aus einer zufälligen Begegnung etwas Bedeutsameres wird, sei es eine tiefere Freundschaft, eine neue Romanze oder eine aufregende Zusammenarbeit. Sie befinden sich gerade an einem idealen Ort, an dem sich Ihre Bemühungen mühelos anfühlen und Ihre Interaktionen Ihnen echte Freude und Zufriedenheit bringen. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Ideen und Träume mit Ihren engsten Freunden und Ihrer Familie zu teilen. Sie sind da, um Sie zu unterstützen und Sie bei jedem Schritt Ihres Weges anzufeuern. Haben Sie schon einmal dieses aufregende Gefühl verspürt, wenn die Menschen, die Ihnen wichtig sind, Ihre Vision unterstützen und Sie ermutigen, den Schritt zu wagen? Jetzt ist es an der Zeit, mit Ihnen zu sprechen, denn Ihre Ermutigung wird Ihr Selbstvertrauen noch weiter stärken. Es stehen Veränderungen bevor, insbesondere, wenn es um Ihre Finanzen geht. Dies ist die perfekte Gelegenheit, Ihre Ideen bekannt zu machen und zu sehen, wie andere darauf reagieren. Vielleicht erhalten Sie sogar Ratschläge, die sich auf lange Sicht als lukrativ erweisen könnten. Aber denken Sie daran, dass man sich leicht in Details verlieren kann. Lassen Sie sich also nicht von Nebensächlichkeiten die Inspiration nehmen. Konzentrieren Sie sich auf das große Ganze und konzentrieren Sie Ihre Energie auf Ihre Ziele. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie das Verzetteln in Kleinigkeiten Ihre Vision trüben kann? Dies ist Ihre Erinnerung daran, den Überblick zu behalten und das Ziel im Auge zu behalten. Wenn es um Ihre persönlichen Beziehungen geht, denken Sie daran, dass Sie nicht jeden Kampf ausfechten oder unnötiges Drama verursachen müssen. Haben Sie jemals festgestellt, dass das Vermeiden unangenehmer Situationen oder das Zurücktreten von Konflikten tatsächlich mehr Frieden und Verständnis in Ihr Leben bringen kann? Ihre Apathie gegenüber unnötigem Drama zeigt, dass Sie bereit sind, gegenüber den Menschen in Ihrer Nähe flexibel und rücksichtsvoll zu sein. Indem Sie ein wenig Fantasie zeigen und Ihre Gefühle teilen, können Sie Ihrem Liebesleben den nötigen Auftrieb geben. Dies ist eine Zeit, um Verbindungen zu vertiefen und die Romantik in Ihren Beziehungen wiederzuentdecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Vielen Dank.